Ho! Ho! Hotter! Schneller! 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 Aufgepasst! Wir haben jetzt Englisch. Finger aus dem Mund. Also, fangen wir an. Ich wette, der Hotter hat seine Schularbeiten nicht gemacht. Aber selbstredend, Herr Lehrer. Ja, Herr Lehrer. So, aha. Dann stellt mir eure Fragen. Die Sonne, der Son, der Mond, die Sterne, der Steils, wir wiederholen. Die Sonne, der Mond, der Steils. Sonne, Mond und Sterne sagen aus der Ferne. Denke daran, es kommt auf die Stunde an. Ganz egal, was du tust auf der Welt. Denn bei allem, was du meinst, ob du weinst oder ob du lachst, sind die Stunden, wenn jemand an dich denkt. Das schönstes Geschenk. Michael! Was ist denn? Nicht popeln! Juckt aber! Juckt aber! Ich glaube, ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, ich liebe, ich liebe, ich liebe, wir wiederholen. Ich glaube, ich glaube, ich hoffe, ich liebe, ich glaube, ich glaube, ich hoffe, ich glaube. Ich glaube, ich hoffe, ich glaube, ich hoffe, ich glaube. Glaube, Hoffnung, Liebe, sagen immer wieder, denke daran. Es kommt auf die Stunde an, ganz egal, was du tust auf der Welt. Denn bei allem, was du magst, ob du weinst oder ob du lachst, sind die Stunden, wenn jemand an dich denkt, dein schönstes Geschenk. So, und jetzt macht, dass ihr nach Hause kommt und macht euren Eltern und Lehrern das Leben nicht so schwer. Aber wieso denn? Das haben wir noch nie gemacht. Du bist mir gerade der Richtige. So, los, ab mit euch!